Dieser Podcast wird präsentiert von der Bank Austria und der Ergo-Versicherung für Frauen, die vorausdenken. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler. Ich bin Franziska Zeudl. Und Franziska, die Mental Health, also die mentale Gesundheit, beschäftigt uns in diesem Podcast ja immer wieder. Ganz genau. Und heute schauen wir uns an, wie es eigentlich mit der Mental Health in Serien aussieht. Da gibt es viele positive, viele negative Beispiele. Und wir schauen uns auch an, ob einem eine Serie tatsächlich in einer Krise irgendwie helfen kann. Dafür haben wir uns zwei echte ExpertInnen eingeladen. Unsere Kollegen Doris Brisching und Michael Steingruber, die für den Standard den Podcast Serienreif machen. Falls ihr ihn noch nicht kennt, unbedingt reinhören. Und ich glaube, die zwei, die bingen mir nächtelang, weil sie eigentlich alle Serien eh schon kennen. Sie schauen aber überraschend frisch aus heute. Also herzlich willkommen bei uns in Besser Leben. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Und super, wie du Komplimente einsteuerst. Bin jetzt schon begeistert. Wir schauen hervorragend aus. Angeblich. Bestimmt. Ich verspreche es ja. Doris und Michael, welche Serien sind denn vorbildlich, was Mental Health angeht? Und was genau machen die so gut? Also wenn ich an mentale Gesundheit in Serien denke, fallen mir vor allem zwei Serien ein. Das erste ist Sopranos. Die zweite ist In Treatment. Beide sind für sich beispielgebend. Sopranos, ganz einfach, weil es so eine einzigartige Konstellation ist. Man muss sich das vorstellen. Der organisierte Verbrecherkönig, der Prozac schluckt, womit man ja jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Was aber in den USA schon vor 25 Jahren und so alt ist die Serie jetzt geworden, gang und gäbe war. Und dann in Treatment, weil das einfach ein spannendes Serienkonzept ist. Das geht so, dass an jedem Wochentag ein anderer Klient, eine andere Klientin kommt. Und jede seine eigene Geschichte oder ihre eigene Geschichte mitbringt. Das heißt, am Montag kommt der Klient, der ein Problem mit Narzissmus hat. Am Dienstag, bitte mich jetzt nicht festlegen auf die Tage. So genau habe ich es dann auch nicht mehr in Erinnerung. Aber dann kommt es um die Alterskrise, um die Depression, um das Kriegstrauma. Die Serie spielt dann meistens wirklich auch zur Gänze im Arbeitsraum, in dem der Therapeut sitzt. Und der Hauptdarsteller ist Gabriel Byen. Das ist ein wirklich sehr glaubhafter Therapeut. Die Dynamik zwischen den beiden, also zwischen dem Klient, der Klientin und ihm, kann man direkt spüren. Also was für eine Spannung, das da auch entsteht. Zum Beispiel auch ganz große Aggressionen gegen den Therapeuten. Das kommt auf und wie er dann damit umgeht. Darauf kann man sich wirklich einlassen. Das finde ich ganz spannend. Das geht extrem tief. Vor allem auch geht es um die Erzählweise. Die ist neu und spannend. Das Format kommt ursprünglich aus Israel und hieß damals Betipul. Und es gibt auch eine französische Variante. Vielleicht können wir dann darüber auch noch sprechen. Ja, vielleicht nochmal als allgemeinen Kommentar. Unsere Expertise liegt bei Serien, aber wir sind keine PsychologInnen. Also bitte alles, was wir da sagen, aus diesem Blickwinkel zu verstehen. Ich möchte eine Serie nennen, die mir eine Person empfohlen hat, die selbst an der gezeigten psychischen Erkrankung leidet. Es ist eine eher unbekannte Serie. Sie heißt Black Box und darin geht es um eine Psychiaterin, die versucht, ihre bipolare Störung vor ihrem Umfeld zu verstecken. Und vor allem die manischen Episoden finde ich ganz interessant gezeichnet. Da sieht man sie so zu experimentellen Jazz herumlaufen und das, finde ich, ist eine gute Übersetzung dieser Episoden. Es wird auch das Thema Medikation aufgegriffen, denn wie ich recherchiert habe, stimmt das so, dass manche bipolaren Menschen fürchten, dass durch die Einnahme von stimmungsregulierenden Medikamenten ihre Kreativität und dieses High, das sie in diesen manischen Episoden erfahren, abgestumpft wird. Und das wollen sie nicht. Was auch interessant ist, ist, dass die Serie nicht nur bipolarer Störungen interessante Einblicke liefert, sondern auch zu anderen Themen, Mental Health Issues. Nämlich in jeder Folge werden verschiedene Krankheiten gezeigt, teilweise auch ungewöhnliche, wie zum Beispiel das Jerusalem-Syndrom. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das betrifft anscheinend 100 Personen jedes Jahr, die in Jerusalem waren und danach plötzlich religiöse Wahnvorstellungen haben. Sehr skurril. Eine zweite Serie, die ich auch ganz gut finde, was Mental Health anbelangt, ist Shameless. Darin werden gleich mehrere Issues thematisiert. Die großartige Joan Cusack spielt eine Frau, die an starker Agoraphobie leidet und ihr Haus nicht verlassen kann. Und versucht es zwar immer wieder, das finde ich auch ganz interessant, gezeichnet, wie sie eben aus der Haustür rausgeht und dann vom Lärm der U-Bahn oder den vorbeirasenden Polizeiautos total überfordert ist und sofort wieder reingeht. Bipolare Störung kommt auch vor bei Monica, der Mutter der Protagonistinnen. Außerdem werden sehr viele unterschiedliche Suchtkrankheiten dargestellt, zum Beispiel Alkohol, Drogen, aber auch Sex. Und was man vielleicht noch anmerken muss, ich persönlich finde, bei einer der Hauptrollen Frank, gespielt von William H. Macy, ist die Alkoholsucht vor allem in den ersten Staffeln fast ein bisschen romantisierend dargestellt. Er ist so fast der sympathische Chaot irgendwie, aber das ändert sich dann im Laufe der Staffeln drastisch. Und vielleicht ein zweiter kleiner Kritikpunkt hierzu. Die Serie spielt ja im sozioökonomisch benachteiligten Milieu. Und das könnte vielleicht suggerieren, dass halt das Thema Mental Health halt nur arme, ungebildete Menschen betrifft. Aber ich glaube, es ist eher umgekehrt, nämlich dass diese Erkrankungen zu sozialem Ausschluss führen oder zur Obdachlosigkeit. Ja, an Shameless kann ich mich auch noch gut erinnern, Michael. Und du hast es jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, dieses Romantisierende. Und ich kenne das auch, oft hat man einfach das Gefühl, das wird so klischee-mäßig, Stereotyp oder eben sehr positiv dargestellt. Was geht denn aus eurer Sicht gar nicht bei solchen Serien? Ich muss mal vorweg schicken, dass dieses Thema, wir haben ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass es so ergiebig ist. Wir haben dafür auch recherchiert und uns beschäftigt damit. Es ist irre, wirklich irre, welche Reichweite das annimmt, wo Mental Health, psychische Gesundheit oder Erkrankungen, in wie vielen Folgen, in wie vielen Serien dieses Thema vorkommt. Insofern ein total weites Feld. Die Klischee-Falle, muss man sagen, droht praktisch überall. Ich persönlich finde die Kategorie begabtes autistisches Genie sehr oft unfassbar langweilig. Da gibt es schon einen gewissen Overkill. Der Good Doctor fällt mir zum Beispiel da ein. Umgekehrt muss man auch wieder sagen, gibt es mit Sherlock wahrscheinlich den klischeehaftesten mentalen Patienten. Und der ist wiederum einmalig. Ja, mir fällt auch ein, die Serie Dahmer über den Massenmörder Jeffrey Dahmer. Ich persönlich fand die ja eigentlich ganz gut. Nämlich er wird nicht nur als das Monster gezeichnet, das der war, sondern es wird auch halt versucht, so ein bisschen auf Spurensuche zu gehen. Was hat dazu geführt? Aber er wurde ja dann irgendwie zum popkulturellen Phänomen. Manche fanden ihn total sexy, haben den Look nachgeeifert. Diese Brille, diese 70er, 80er Jahre Brille war plötzlich eben Trend. Natürlich nicht Sinn der Sache. Und eine zweite Serie, die auch gut ist, aber vielleicht unter Romantisierung fällt, ist Ratchet für mich. Die ist halt super überzeichnet. Schon alleine mit dem Setdesign und dem Kostüm, das ist halt alles extrem ästhetisch. Darin spielt Sarah Paulson Mildred Ratchet, die bitterböse Krankenschwester aus Einerflog über das Kuckucksnest. Die Serie ist quasi ein Prequel zu dem Kultfilm und spielt in einer psychiatrischen Anstalt im Kalifornien der 40er Jahre. Wenn man da ein bisschen nachrecherchiert bei vielen Rezensionen zur Serie, wird kritisiert, dass sich der Plot in Psychiatrie-Klischees verliert und halt sehr stark auf Schock-Szenen setzt. Man sieht nämlich so Horror-Methoden, die damals eingesetzt wurden in der Therapie, also zum Beispiel Lobotomie oder Hydrotherapie. Aber wie gesagt, ich finde die Serie super, aber sehr überzeichnet dargestellt alles. Und hat euch irgendeine Serie auch dazu gebracht, anders über eine psychische Erkrankung zu denken? Ja, also im Reboot zur australischen Highschool-Serie Heartbreak High gab es eine Szene mit der autistischen Schülerin Quinny, die auf ein Date geht und sich aber überhaupt nicht auf ihr Gegenüber konzentrieren kann, weil sie von den ganzen Reizen, die auf sie einprasseln, die ist denen total ausgeliefert und kann damit nicht umgehen. Erstens finde ich das ganz gut, wie das zeigt, dass Autismus halt ein Spektrum ist und auch so unter Anführungszeichen leichtere Formen aufweisen kann. Zweitens konnte ich mich mit der Szene extrem gut identifizieren. Mir geht es auch manchmal so. Und zum Thema Autismus auf Netflix gab es ja auch eine Datingshow für autistische Menschen, Love on the Spectrum. Und das fand ich eigentlich einen recht schönen Beitrag zu Inklusion und Repräsentanz. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich über eine psychische Erkrankung anders gedacht habe oder begonnen habe zu denken, aber ich habe auf jeden Fall dazugelernt. Ich habe beispielsweise bei Sharp Objects eine Krankheit kennengelernt, die das Münchhausen-Syndrom heißt und ich kannte das nicht. Magst du vielleicht kurz erklären, was das ist? Ja, also es ist durchaus spannend, weil unter Münchhausen-Syndrom versteht man im Allgemeinen, wenn eine Person eine andere Verletzungen zufügt, durchaus auch körperlicher Art, um sie an sich zu binden. Das wird in dieser Serie Sharp Objects sehr, sehr drastisch und dramatisch vorgeführt. Bei einer anderen Serie habe ich auch dazugelernt, nämlich bei United States of Tara. Michael, du würdest sagen, die ist total überzeichnet, das ist sie auch, aber hat doch unglaubliche Qualitäten. Die Hauptrolle, und das ist auch eine der Qualitätsspiele Toni Collette, sie ist eine multiple Persönlichkeit und sie wechselt tatsächlich von einem Moment zum anderen. Und für uns Zuschauerinnen, völlig überraschend, dann auch in eine andere Persönlichkeit. So wie es gezeigt war, war es extrem und es ging wahrscheinlich auch um die Wandlungsfähigkeit der Hauptdarstellerin, aber es war einfach spannend so zu schauen, weil man gesehen hat, nicht nur wie es ihr geht damit, nämlich eigentlich ganz okay, muss man sagen, sondern auch dem Umfeld. Und auch das Umfeld hat irgendwie damit gelernt zu leben, dass die jetzt plötzlich die Person ist und dann ist sie die und dann ist sie die und dann ist sie die und sind immer mehr dazugekommen. Es waren mehrere Staffeln und das finde ich nach wie vor eine Serie, die man absolut sich anschauen kann. Klingt ein bisschen verwirrend zum Zuschauen, muss man da wahrscheinlich mal reinkommen, oder? Ja, ist es nicht. Also ich finde eben Toni Collette ist so eine Schauspielerin, die das wirklich rüberbringen kann und wo es eben nicht verwirrend ist. Man mag alle diese Figuren, die sie da darstellt. Das ist ja auch quasi etwas, wo man als Zuschauerin einen Bezug herstellt, auch zu diesen Figuren. Also die ist schon eine der Highlights, würde ich sagen, zu dem Thema. Auf alle Fälle, ja. Du hast ja in Treatment schon erwähnt, also Therapie kommt ja in ganz vielen Serien eigentlich vor. Mir kommt vor, das ist schon in den letzten Jahren so ein bisschen ein Trend geworden, zum Beispiel jetzt im letzten Jahr in Shrinking. Woran liegt das? Warum schauen wir so gern Leuten bei der Therapie zu? Du hast ganz sicher recht, Franziska, Therapien sind ein Trend in Serien in der letzten Zeit. Warum ist es so? Sie sind einfach ideale Identifizierungsfelder. Durch diese Nähe in den Sitzungen im Idealfall entsteht, wie gesagt, eine Beziehung zwischen den beiden Personen, die wir nachvollziehen können. Wir tauchen in die Psyche von den Protagonistinnen ein. Wir sind vielleicht sogar mit einer ähnlichen Situation konfrontiert. Nehmen wir zum Beispiel Sex Education. Ich glaube, da werden Themen behandelt, die ganz viele junge Leute tatsächlich auch interessieren. Dann ein weiteres Argument. Es dient einfach dazu, in der Story Figuren besser kennenzulernen. Es gibt so viele Therapien in Serien. Man kann sie gar nicht alle aufzählen, wo Darstellerinnen, wo Figuren tatsächlich in Therapie gehen und sich beraten lassen. Beziehungstherapien beispielsweise in der L-Word oder This Is Us, Maniac und noch mehr Menschen gibt es mit psychisch-mentalen Herausforderungen. Ich erinnere mich an Homeland. Ich erinnere mich an die Brücke. Sora hat sie geheißen, die autistisch ist, aber wirklich auch eine faszinierende Persönlichkeit. Girls, würde ich sagen, fällt da auch drunter. Oder Jessica Jones, eine Marvel-Serie. Euphoria oder Orange is the New Black. Also das Thema ist wirklich allgegenwärtig. Die Therapie kann aber auch etwas ganz anderes sein, nämlich einfach ein Vehicle in eine spannende Geschichte. Zum Beispiel sehr empfehlenswert, und ich habe schon davon gesprochen, ist die Serie In Therapie. Da komme ich jetzt wieder auf In Treatment zurück, weil das ein Ableger ist von In Treatment, nämlich aus Frankreich gemacht, die aber sich im Kern an der Vorlage orientiert, aber trotzdem ganz anders ist, nämlich vom Hintergrund. Die erste Staffel spielt in Paris im Herbst 2015, wenige Tage nach den Anschlägen vom 13. November. Und es geht darin um Menschen, die in irgendeiner Weise von den Anschlägen betroffen sind. Und in der zweiten Staffel geht es dann als Hintergrundgeschehen um die Corona-Pandemie. Wochentags kommen Menschen, die mit dem Therapeuten offen über ihre Themen und über ihre Herausforderungen in dieser Zeit reden. Und freitags geht er dann, das ist auch in Treatment, so selber in Supervision. Das ist auch noch einmal ganz spannend. Oder, und das ist jetzt sozusagen mein letzter Aspekt, warum es so viele Therapien oder Therapeutinnen in Serie gibt, Es kann auch einfach ein Spannungssegment sein. Da gibt es zum Beispiel die Therapie. Das ist ein Thriller von Sebastian Vizek, der bekannte Thriller-Bestseller-Autor. Da ist es so, dass ein Psychiater seine spurlos verschwundene Tochter sucht und darüber in einen Strudel an Verschwörungen gerät. Auch hier spielt das Münchhausen-Syndrom eine Rolle. Da geht es einfach um den Thriller. Also da ist sozusagen die Therapie oder seine Figur des Therapeuten ist einfach eine Kulisse dafür. Ja, vielleicht kann man auch noch ins Treffen führen. Die Doris hat es schon erwähnt, das Setting der Therapie ist ja etwas ganz Intimes. Und ich glaube schon, dass das auch so sozialvoyeuristische Triebe befriedigt, wenn man sich das anschaut. Und es hat sich zwar die Lage sicher gebessert, aber ich befürchte, es gibt noch immer Bevölkerungsgruppen, wo halt, weil nicht eine Therapie ein bisschen stigmatisiert ist. Drum hat es vielleicht auch sowas von Tabu oder das Reizvolle des Unbekannten und man schaut es sich deswegen an. Ich persönlich finde es ja auch gut, wenn Therapie nicht nur als sowas Ernstes gezeigt wird, sondern mit einer Dosis Leichtigkeit. Und für mich ist da ein sehr positives Beispiel Web-Therapy mit Lisa Kudrow, die Phoebe aus Friends. Es ist wirklich absurd lustig. Es geht darum, dass sie eine Therapeutin spielt, die nicht an diese 50-Minuten-Sessions glaubt. Sie will sich nicht diese langweiligen Geschichten, wie sie sagt, PatientInnen anhören, sondern die macht das ganz pragmatisch. Drei Minuten Videocall. Und da befasst sie sich eigentlich auch mehr mit sich selbst, das mit den Leuten, die ihr gegenüber sind. Was wirklich lustig, gibt viele prominente Cameos aus dem Friends-Cast oder auch Meryl Streep. Gwyneth Paltrow kommen alle vor. Große Empfehlung. Okay, ich weiß, was ich heute Abend mache. Das werde ich mir anschauen. Wirklich große Empfehlung. Die Serie ist schon einige Jahre alt, aber sie ist gut gealtert, würde ich sagen. Ja, finde ich auch, ja. Franziska, du hast Shrinking erwähnt. Ich gestehe, diese Serie, ich weiß, sie ist mit Harrison Ford, habe ich noch nicht gesehen. Was ist daran so toll oder warum hast du sie erwähnt? Also es geht darin tatsächlich, die Hauptfigur ist ein Therapeut und der struggelt selbst. Ich habe das Gefühl, es ist auch ein sehr beliebtes Tool, dass der Therapeut ja selber seine Probleme hat, weil seine Frau gerade gestorben ist. Und er versucht mit teils recht unkonventionellen Methoden zurück ins Leben zu kommen. Also er entscheidet sich zum Beispiel dafür, dass er als neuen Approach, als Therapeut, sich nicht mehr einfach nur anhört, was die Patientinnen sagen und nickt und hier und da so ein bisschen eine Frage stellt, sondern dass er ihnen so richtig die Meinung geigt und sagt, sie müssen ihren Mann verlassen, der ist schlecht für sie. Also er nimmt so ein bisschen das Leben der Patientinnen in die Hand, wird mit mittelgroßem Erfolg, wird von Therapeutinnen und Therapeuten jetzt auch nicht so unumwunden empfohlen, diese Vorgehensweise. Ich finde es einfach total spannend und natürlich, du hast es schon erwähnt, die Serie lebt auch von den Schauspielerinnen und Schauspielern. Also da ist die Nachbarin Liz, die Kollegin Gabby, die alle super, super toll, super lustig sind und natürlich ja, Harrison Ford, auch lustiger, als ich mir gedacht habe, dass er sein kann. Es überrascht mich auch. Ich habe ihn eher so als so einen ernsten, älteren Mann abgespeichert. Er hat neue Seiten in ihm entdeckt. Er kann mehr als alter, weißer Mann. Besser später als nie, oder? Böse. Seine Rollen bei Indiana Jones waren jetzt nicht von großer Reflektiertheit, was Bentle Health angeht, gezeichnet. Frauen machen sich viele Gedanken darüber, wie man besser lebt. Wir finden, Frauen sollen leben können, wie sie wollen. Und damit das auch noch in der Pension so ist, sollten sie jetzt gegen Altersarmut vorsorgen. Denn ein Teilzeitjob reduziert ihre Pension empfindlich. Reden wir über ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria. Ich bin Doris Priesching. Und ich bin Michael Steingruber. Und gemeinsam sind wir serienreif. Das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien. Genau. Bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht. Und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things. Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul. Und zerlegen die neueste Marvel-Serie. Wenn nötig. Serienreif. Euer Streaming-Podcast. Jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Wir haben es auch schon ein bisschen angesprochen. Gerade so der Umgang mit psychischen Erkrankungen, mit Problemen hat sich ja in der Gesellschaft schon ein bisschen gewandelt. Was hat sich denn auch da in den Serien verändert? Gibt es Serien von früher, die heute gar nicht mehr gehen? Also mir fällt da sofort die Crazy Cat Lady von den Simpsons ein. Der irre Blick, das Gebrabbel und das verwahrloste Äußere dieser alten Dame. Da wird halt eine Person mit einer psychischen Krankheit zur Witzfigur. Das würde man heute sicher nicht mehr so darstellen. Ich würde sagen, überall wo diffamiert wird, die Zeiten sind ja doch sehr korrekt geworden. Heute eine Serie wie Dr. House zum Beispiel, der als Misanthrop selbst ein Fall für die Therapie war und dabei wirklich jeden und jede, der die seinen Weg querte, auf unterirdischste Art beleidigte. Ich glaube, das würde heute nicht mehr gehen. Ich weiß, man sieht die Serie noch. Also in Sendern wird sie noch gezeigt. Aber ich glaube nicht, dass sowas heute nochmal gedreht werden würde. Ich erinnere mich außerdem an eine Sitcom, die hieß Unser lautes Heim zwar in den 80er Jahren, so eine irre spießige Serie, wo es um die Aufteilung von Geschlechterrollen ging. Also tatsächlich ein Minenfeld. Er muss seine psychoanalytische Praxis nach Hause verlagern, weil sie ihren Job als Journalistin nicht aufgeben möchte. Und deshalb ist er mit seinen drei aufgeweckten Kindern natürlich total gefordert und aber ein vorbildlicher Papa mit all seinen Fehlern und so weiter und so fort. Und sie halt die Karrierefrau, die halt auch so dargestellt wird. Also es ist unglaublich spießig. Eine ganz, ganz alte, natürlich rein weiße, pseudo-feministische Erzählung. Und ich glaube oder ich hoffe, ich bin mir sicher, dass das heute so nicht mehr gemacht werden würde, weil es auch keiner sehen will. Ich würde jetzt mal vermuten, dass es wahrscheinlich generell ein stärkeres Bewusstsein dafür gibt, wo man Gefahr läuft, Menschen zu nahe zu treten. Was prinzipiell gut ist natürlich, aber auf der anderen Seite wird der Spielraum natürlich kleiner gemacht. Weil in Wahrheit kann man schon auch sagen, dass die Crazy Cat Lady schon sehr komisch auch war. Michael? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, was da auch mitspielt oder Selina, weil du gefragt hast, was geht heute nicht mehr. Ich würde das auch gar nicht zu Werten kommentieren, sondern es ist halt einfach ein Abbild der Zeit. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Heutzutage ist einfach die Akzeptanz oder das Bewusstsein für das Thema Mental Health und Therapien und so größer. Und das spiegelt sich halt wahrscheinlich auch in der Serienwelt wieder. Und ja, ich muss gestehen, ich habe auch über die Crazy Cat Lady schon mal gedacht. Du Böse! Ja, sorry. Aber was macht es mit der Gesellschaft, wenn das plötzlich gut und richtig thematisiert wird? Ich habe es jetzt schon ganz viele so positive Beispiele genannt. Und was macht es mit den Betroffenen? Was weiß man da? Das ist interessant. Ich möchte es den Aufstieg der Nerds im Zeitalter der Digitalisierung nennen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht alle kennen oder zumindest eine Folge von The Big Bang Theory gesehen haben. Da haben ja wirklich die Nerds oder sagen wir Menschen oder sagen wir psychisch besondere Menschen eine unheimliche Popularisierung erfahren. Nerds werden nicht mehr belächelt, sondern in ihrer Individualität als etwas Besonderes gesehen. Und man geht wirklich davon aus, dass insbesondere diese Serie, also The Big Bang Theory, gesellschaftlich in der jüngeren Generation etwas verändert hat. Die Nerds sind nicht mehr die Außenseiter, sondern sie sind etwas Besonderes. Sie sind etwas, worauf man auch in gewisser Weise stolz sein kann und womit man selbstbewusst auftreten kann. Und diese Besonderheit wird quasi auch als Qualität gesehen und gezeigt. Diese Anti-Helden werden dann zu Helden, zu lupenreinen Helden. Das hat auch viel mit der Digitalisierung zu tun. Der Erfolg von The Big Bang Theory war weltumspannend, sodass sich die Nerds aller Länder verständigen und vereinigen konnten und sich das Phänomen tatsächlich verselbstständigt hat. Die Streaming-Plattformen haben das total aufgegriffen. Wir lieben Serien über Nerds. Ich möchte nur, das ist noch alte Schule, aber da erinnere ich mich an Monk, oder eben an die von mir bereits erwähnte Saga Noirain, so heißt sie nämlich wirklich. Das ist die Kommissarin aus The Bridge, die Brücke, großartiger Krimi auch. Oder an The Queen's Gambit, Außenseiterinnen, die einfach ihren Weg gehen, die bei sich bleiben und damit ans Ziel kommen. Welche Mental Issues gab es denn bei The Big Bang Theory? Ich muss gestehen, ich habe das nicht so genau angeschaut. Ich würde schon auch sagen, da gab es diesen, kann man das autistisch nennen, da weißt jetzt du, da bist du ja wahrscheinlich mehr die Expertise. Da habe ich auch nie groß geschaut. Ja, genau. Sozial irgendwie, nicht so verträglich immer. Ja, und so soziale Phobien, also ich glaube, da war einiges dabei. Ja, und Franziska, weil du gefragt hast, was macht das mit den Betroffenen? Also wir haben es jetzt eh schon öfters gehört. Ich glaube schon, dass wenn man das auch vorgeführt bekommt, dass man sich dann mit seinen eigenen Themen auseinandersetzt. Also ich habe vor allem eben dieses Beispiel mit Heartbreak High gebracht. Ich habe dann überlegt, oh Gott, bin ich auch am autistischen Spektrum? Nein, bin ich nicht. Aber eben, es entstigmatisiert das Thema und man ist vielleicht bereit, sich mit den eigenen Issues auseinanderzusetzen. Ich denke auch, man hat einfach mehr Verständnis auch für betroffene Menschen. Also wir haben immer wieder mal darüber gesprochen, dass es auch die Empathie fördert, wenn man sich da so identifizieren kann oder zumindest hineindenken kann. Aber was es ja schon auch gibt bei all den positiven Effekten, es kann ja auch genauso negative Folgen haben, wenn es falsch gemacht wird. Ich glaube, der Klassiker ist dieser sogenannte Werter-Effekt, wo es darum geht, dass Suizid so dargestellt ist, dass es vielleicht auch Nachahmungen gibt. Das ist ja ein ganz besonders schwieriges Thema. Wie geht man denn damit in Serien um? Ja, da gibt es ein Beispiel. Tote Mädchen lügen nicht. 13 Reasons Why auf Englisch. Genau, das war total umstritten. Die Serie wurde für ihre Darstellung mentaler Gesundheit sehr kritisiert. Da ging es um eine junge Frau, die in Folge von Mobbing an ihrer Schule Suizid begeht und ihren MitschülerInnen Tonbänder hinterlassen hat und sie für ihre Tat in Verbindung bringt. Man könnte auch sagen, ihnen die Schuld gibt. Diese Serie auf Netflix setzt sehr auf Klischees und eine Studie attestierte tatsächlich erhöhte Suizidraten. Eine weitere, die mir jetzt noch einfällt, ist die Serie You, auch eine Netflix-Serie. Die wurde auch sehr kritisiert oder wird immer noch kritisiert. Sie läuft ja noch. Da gibt es einen Stalker, der dann auch nicht nur bei der Beobachtung bleibt, sondern tatsächlich auch die Frauen dann entführt und sie auch umbringt. Und dieser Typ wird eigentlich als positiv dargestellt, also als faszinierende und interessante Persönlichkeit. Alle diese Taten werden aus seiner Sicht erzählt. Also es ist jetzt nicht so, dass du quasi von außen zuschaust, wie der seine Opfer auswählt und stalkt und sie dann schließlich einsperrt und misshandelt, sondern wir können auch seine Gedanken hören, weil es auch dieses auch übersetzt wird sozusagen. Wir erfahren quasi einen Einblick in die Psyche eines Stalkers und sollen da möglicherweise auch Verständnis dafür bekommen. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich tatsächlich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Die Serie ist ein Hit auf Netflix und deswegen hört sie auch nicht auf, auf den Punkt gebracht, dass es ein bisschen schade ist. Gänzlich aus der Mode gekommen ist auch das Bild vom makellosen Heiler. Francisco, du hast es schon gesagt, ich verwende ausdrücklich die männliche Form. Früher war das nämlich so, dass es da meistens war es ein Arzt, der halt irgendwie gleichzeitig auch therapeutische Qualitäten hatte, frei von jedem Makel. Der hat dann eben sozusagen die hilfsbedürftigen Patienten, Patientinnen geheilt. Es waren nämlich mehrheitlich dann Frauen. Nein, kann man so nicht sagen, es waren schon beiderlei Geschlechts. Aber er war meistens ein Mann. Der moderne Therapeut, die moderne Therapeutin von heute, hat selbst mindestens ein psychisches Problem. Besser sind zwei oder noch mehr. Und was man auch noch dazu sagen muss, und das finde ich persönlich sehr interessant, genau aus dem Grund gibt es, glaube ich, kaum noch Arztserien. Die Arztserie ist total ausgestorben. Es fällt einem jetzt eigentlich auf die Schnelle nur mehr Grey's Anatomy ein. Und ich glaube, das ist auch absehbar ein Ende. Hoffentlich. Das läuft noch. Ja, ja. Naja, ich meine, die Simpsons laufen auch noch. Aber sie sind alle schon viel älter und anders. Und gestorben teilweise, oder? Und gestorben. Okay. Natürlicher Lauf der Dinge in Serien. Absolut. Aber das finde ich doch spannend, oder? Also, dass die Arztserie genau mit diesem Bild einfach keine Existenzberechtigung mehr hat, nachdem es eben sozusagen diese Götter und Göttinnen in Weiß, mit dem Thema ist man durch. Das ist schon erstaunlich. Oder man fängt irgendwann einmal von vorn wieder an. Das kann auch sein. Ich fürchte auch. Alles wiederholt sich. Aber spannende Beobachtung auf jeden Fall. Gibt es eigentlich immer noch Tabus, über die weniger geredet wird? Also psychische Erkrankungen, wo ihr sagt, das wäre eigentlich mal spannend, da gibt es aber noch gar nichts dazu? Ja, also wir haben jetzt schon über tote Mädchen lügend nicht gesprochen. Wärter Effekt hin oder her. Es wurde zumindest über das Thema Suizid gesprochen. Ansonsten ist das nämlich etwas, das entweder misslingt oder im Hintergrund passiert. Also das würde ich schon als Tabu bezeichnen. Das ist ein Tabu. Ich kenne zum Beispiel auch keine Serie über Menschen, die am Tourette-Syndrom leiden. Ich glaube, weil es wirklich auch nicht einfach ist, das darzustellen. Ich könnte mir ehrlich gesagt eine britische Comedy dazu vorstellen, die das mit schwarzem Humor irgendwo abhandelt, wo man auf der einen Seite schon lacht, aber auf der anderen Seite auch angestoßen wird. Das wäre jetzt irgendwie so spontan meine Idee. Ich kenne auch keine Serie, wo es um Panikattacken geht. Ist mir keine bekannt. Ich kenne auch keine, wo wirklich eine Panikattacke gespielt wird, wo jemand darunter leidet. Franziska, du schaust skeptisch. Ich schaust skeptisch. Ted Lasso, oder? Genau. Der hat einige Panikattacken und ich finde die sogar richtig gut dargestellt. Stimmt. Siehst du, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Jetzt bin ich auf mich selber stolz. Da habe ich der Doris was beigebracht. Und ein Burnout. Kennst du die Serie mit Burnout? Gute Frage. Und schon sind wir wieder am Ende. Das ist doch sicher total oft so der Ausgangspunkt für die total krasse Veränderung. Das muss in einer Serie schon mal vorgekommen sein. Ja, da fällt mir jetzt spontan auch wieder eine ein, die heißt Enlightened. Großartige Serie auch. Und zwar mit Laura Dern. Und da geht es tatsächlich um eine Managerin, die ein Burnout hatte. Danke, Franziska. Und die quasi dann wieder einsteckt. Also totaler Nervenzusammenbruch, Klinikaufenthalt, alles. Und dann versucht sie wieder in diese selbe Firma einzutreten, was natürlich komplett schief geht. Sie landet in der untersten Managerkategorie, wird geschnitten von ihren Kollegen, Kolleginnen und hat aber da unten dann, es ist dann wirklich das unterste Stockwerk, in dem sie ist und wo nur noch die Nerds sitzen, hat sie dann ihren Anker und hebelt von da unten die miesen Machenschaften dieses Kosmetikkonzerns, das es ja ist, dann aus und das ist einfach großartig. Und Laura Dern ist sowieso immer super. Also Burnout gibt es auch, gut? Ja. Man muss nur ein bisschen graben. Ein Thema, was wir auch immer wieder haben, sind so gesellschaftliche Trends, die auf Social Media oder im öffentlichen Diskurs vor allem einen großen Platz einnehmen, wie zum Beispiel gerade ADHS. Also oft hat man das Gefühl, das Thema ist gerade überall. Werden solche Trends auch in Serien besprochen oder auch unbekanntere Erkrankungen? Ich würde jetzt mal so ad hoc vermuten, es gibt einen Trend zur Traumabewältigung. Zum Beispiel Never Have I Ever, auch total nette Serie. Da geht es um eine junge Frau, die den plötzlichen Tod ihres Vaters verarbeiten muss. Und behandelt wird dann nicht nur das Trauma schlechthin, sondern sie macht Dinge, die sie eben vorher noch nicht gemacht hat, sich zum Beispiel an den total begehrten Schulschwarm heranpirschen. Oder ein anderes Beispiel ist It's Okay Not To Be Okay, eine Serie aus Südkorea, wo Mental Health ein ganz großes Tabu ist. Da geht es um Trauma. Die Mutter des Protagonisten wurde ermordet, der zusätzlich einen autistischen Bruder hat. Ja und Celina, du hast ja nach ADHS gefragt. Dazu erinnere ich mich an Desperate Housewives, eine Szene, keine Ahnung in welcher Staffel, aber es wird Lynette Scavos Kindern Ritalin verschrieben. Das Medikament wird bei ADHS eingesetzt. Wenn man nicht darunter leidet, pusht es einen und macht einen leistungsfähiger. Und das erfährt dann auch Lynette in dieser Folge. Ich denke, Missbrauch von Medikamenten ist generell ein großes Thema heutzutage. Und es zeigt halt einfach auf, man muss funktionieren in der Leistungsgesellschaft. Ich finde, das ist bei Euphoria eigentlich auch ganz gut dargestellt, wie einfach so Substanzenmissbrauch auch sehr lange verheimlicht werden kann. Warum interessiert uns dieses Thema so? Ist das Voyeurismus? Ich habe es eh schon gesagt. Ich glaube schon, dass das mit rein spielt und eben auch irgendwie so eigene Themen aufmachen kann. Du hast gesagt, Sozialvoyeurismus ist da schon ein Thema. Mir fallen dazu dann natürlich als konträres Beispiel. Fällt mir die, in den 90er Jahren waren diese, im Fernsehen tatsächlich diese Talkshows, die auch so eine pseudotherapeutische Situation hergestellt haben. Und das ist der pure Sozialvoyeurismus, weil das natürlich auch immer Personen waren aus Schichten, wo man mit dem Finger drauf zeigen konnte. Also das sind schon problematische Formate einfach auch gewesen, die aber sehr populär waren. Also der Voyeurismus ist sicher ein Thema. Das andere Thema ist, das habe ich schon ausgeführt, das ist die Nerd-Theorie, bei der bleibe ich irgendwo ein bisschen. Wir verbünden uns schon ein bisschen auch mit den Kleinen, mit den kleinen Nerds, die mögen wir einfach. Das sind unsere Sympathieträger und denen folgen wir und mit denen können wir uns schon identifizieren auch. Es gibt ja in der Kommunikationswissenschaft die Theorie des superioren Lachens. Genau was du beschreibst, Doris, dass man sich über die vermeintliche Unterschicht lustig macht, während es in die andere Richtung geht, so dieses karnevaleske Lachen. Also wenn am Hof früher quasi an einem Tag der Narr sich über den König lustig machen dürfte. Als kleinen Exkurs hier. Ein kommunikationswissenschaftlicher Exkurs. Man soll sich darüber nicht lustig machen. Wir sind die Experten hier. Ich bin einfach total beeindruckt, was ihr da auftischt für uns. Aber ein Grund dafür, eine Serie zu schauen, könnte ja theoretisch auch sein, dass man eben selber ein Problem hat und sich Hilfe erhofft beim Bewältigen der eigenen Probleme. Funktioniert das? Was denkt ihr? Also bei mir funktioniert es zum Teil schon. Ich spreche aber auch irrsinnig auf Musik an. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich niedergeschlagen bin und ich höre zum Beispiel, also mir fällt dann immer ein, in Big Little Lies gibt es so einen super Sound. Und das ist von Martha Wainwright. You bloody motherfucker. Kannst du uns das mal vorsingen, liebe Doris? Nein, das habe ich jetzt noch nicht einstudiert, aber es ist großartig. Hört euch das an, wann immer ihr irgendwie zornig oder missmutig oder sonst irgendwo seid. Dieses Lied gibt wahnsinnige Power. Und gleich oder ein bisschen so ähnlich geht es mir bei Serien. Ted Lasso ist der absolute Stimmungsaufheller. Wenn man niedergeschlagen ist, Ted Lasso zu schauen, hilft zu 100 Prozent, würde ich jetzt einmal sagen. Ich bin aber zum Beispiel auch richtig verfallen bei Afterlife mit Ricky Chervey, der mit seinem Hund um seine verstorbene Frau trauert. Das ist zum einen traurig und nicht zuletzt, weil er in einer wirklich sehr, sehr schrägen Lokalredaktion, also in einer britischen Kleinstadtjournalist ist, ist es auch absolut zum Todlachen. Oder Fleabag, und ich glaube, Fleabag ist wie Ted Lasso, kann wahrscheinlich heilen. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Wir hatten ja auch bei Serienreif mal euch, liebe Selina und liebe Franziska, zu Gast, wo es darum ging, besser leben durch Serien. Und da haben wir auch diese, unter Anführungszeichen, Katharsis-Funktion angesprochen, also heilsame Aspekte einer Serie. Wer mehr darüber hören will, oder wer mehr darüber wissen will, soll sich diese Folge unbedingt anhören. Die wir in die Shownotes packen. Genau. Ich glaube, Serien können schon beim Bewältigen psychischer Probleme helfen. Aber was man schon auch sagen muss, sie können natürlich keine Therapie ersetzen. Also das ist ganz wichtig. Aber wir haben es ja schon angesprochen und das finde ich auch ein voll schönes Fazit, gerade bei Afterlife. Das unterschreibe ich sofort. Doris hat mir auch total gut gefallen, dass man so schwere Themen eben nicht nur ganz, ganz schwer behandeln kann, sondern dass es auch wirklich lustig ist und dass es auch unterschiedlichste Emotionen bietet. Das finde ich einfach einen wichtigen Aspekt auch. Welche Serien schaut ihr, wenn ihr was Nettes braucht? Ich bin jetzt wieder wie jedes Jahr in die Office reingekippt. Ich finde es so lustig. Aber ich glaube, es ist auch nicht mehr so ganz korrekt, weil es ist schon viel mit Mobbing. Also manchmal denke ich mir schon, ich glaube, es ist höchst unkorrekt. Ja, ich schaue es total beschämt abends, wenn es Licht aus ist auf einem Bildschirm, auf einem kleinen. Selina? Ich habe tatsächlich keine Serie, zu der ich immer wieder zurückkehre. Ich habe es das letzte Mal auch schon gesagt in unserer anderen Folge, die ihr schon angepriesen habt. Ich schaue meistens Dinge, wo nicht viel passiert. Also so Wohlfühl-Content, meistens so Freundschaftsgeschichten. Sehr schön. Michael, du? Modern Family vielleicht. Das ist auch irgendwie recht harmonisch, lustig und habe schon, weiß ich nicht, zig Rewatches gemacht. Schau, schau. Und Doris, bei dir? Nein, du, ich habe es gesagt, Head Lasso. Ich schaue Fleabag. Fleabag macht mich immer gesund. Und wenn ich einen Shot brauche, dann erwähne ich immer wieder gerne Gentleman Check. Bom, 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 bom. Das ist eine wirklich kraftgebende Serie für mich. Und jetzt haben wir auch noch eine kleine musikalische Darbietung bekommen. Ich wollte gerade sagen, Doris fängt zu singen an. Wir müssen leider aufhören. Wir sind leider am Ende unserer Sendezeit. Aber wir machen sicher nochmal einen Crossover mit euch, wo ihr dann bitte beide singen. Die besten Serien-Hits. Das will niemand hören. Liebe Doris, lieber Michael, vielen Dank, dass ihr heute in unserem Podcast zu Gast wart. Danke für die Einladung. Danke. Und wenn euch die Folge gefallen hat und auch ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Ihr könnt uns auch gerne Fragen schicken oder Themenvorschläge an besserleben.at Wir freuen uns auch über Fünf-Sterne-Bewertungen und Serien-Tipps. Und abonniert auch gerne unsere Kolleginnen und Kollegen von Serienreif. Ja. Da ist immer was Gutes zu hören. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler. Ich bin Franziska Zwödel. Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwert. Baba. Ciao. Ciao. Bye-bye. Frauen machen sich viele Gedanken darüber, wie man besser lebt. Wir finden, Frauen sollen leben können, wie sie wollen. Und damit das auch noch in der Pension so ist, sollten sie jetzt gegen Altersarmut vorsorgen. Denn ein Teilzeitjob reduziert ihre Pension empfindlich. Reden wir über ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria. Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen. Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern. Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler. Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur. Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert. Wo die Aliens bleiben. Und die Fusionskraftwerke. Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt. Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall, wo es Podcast gibt.